Das Prinzip der Animation ist im Grunde genommen immer gleich. Nachdem wir jetzt unsere ersten Keyframes erzeugt haben, werdet ihr sehen, wie ihr weitere Keyframes setzen könnt und wie ihr diese bearbeiten könnt. Man sieht allerdings, dass die Animation noch sehr linear und nicht wirklich ästhetisch ansprechend aussieht. Das liegt nicht einfach nur daran, dass es vollkommen sinnlose Animationen in dem Sinne sind, dass sich das einfach nur rein bewegt, sondern es liegt einfach auch daran, wie die Keyframes interpoliert werden. Und zwar ist es jetzt so, dass standardmäßig die Keyframe-Interpolation, also die Berechnung von einem Keyframe zum anderen, linear erfolgt. Das heißt, es wird nicht beschleunigt oder abgebremst, sondern es erfolgt linear. Es hat permanent die gesamte Zeit über die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, sobald es hier losgeht, hat es schon die gleiche Geschwindigkeit bis zum Schluss. Deswegen sieht es auch so aus, als würde es hier einrasten. Und das kann man sehr, sehr einfach lösen. Und zwar, man kann die Keyframes auswählen und mit einem Rechtsklick hier auf Keyframe-Assistenten gehen. Und dann hat man die Möglichkeit, Ease-In oder Ease-Out auszuwählen. Jetzt muss man sich hier merken, dass ein Easy-Ease-In am Ende immer kommt. Das heißt, der Pfeil zeigt immer zum Ende der Bewegung. Das heißt, die Bewegung eased-in. Das heißt, sie kommt zur Ruhe. Und am Anfang kann man das Gleiche zum Beispiel machen, wenn man denn möchte, mit einer Easy-Ease-Out-Bewegung. Wenn wir uns das jetzt angucken, wird man sehen, dass die Bewegung hier wesentlich ästhetischer aussieht und am Ende sozusagen zur Ruhe kommt und so das Ganze jetzt wesentlich ansprechender aussieht. Dieses Easy-Ease ist ein sehr wichtiger Bestandteil, um eine Animation fein zu tunen. Das heißt, die Bewegung hier ist ein sehr wichtiger Bestandteil, um eine Art und Weise zu tunen.